Moin Moin und herzlich Willkommen zu Let's Grusel 7 Days Mit mir dem Sebastian mit der Facecam, die ist natürlich auch am Start Und es ist Montag, es ist wieder Let's Grusel Zeit hier angesagt Und ich bedanke mich erstmal an Boom Trigger mal wieder für einen coolen Spielevorschlag Und zwar 7 Days Ich hab noch nie davon gehört, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt Und zwar ist es ein Spiel, welches, wie dann haben wir schon gesagt, in 7 Tage sozusagen aufgeteilt ist Und jeder Tag steht für sich alleine und da passiert irgendwas Gruseliges und man ist in einem Haus Und ja, ihr wisst schon, ich bin nicht sonderlich vorbereitet, was ja auch gut ist Denn ich möchte hier so blind wie möglich reingehen Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an mit einem neuen Spiel Ich bin echt mal gespannt Seht schon, Grafik... Grafiktechnisch kann das Spiel einiges Nein, Grafik ist ja nicht alles So, also, sehr schön Die Maus-Sensitivität ist ein bisschen verrückt Da muss ich mal ein bisschen hier umstellen So, also E ist das Inventar Ja, da haben wir aber gerade nichts... Lol Okay, da bin ich ein bisschen rumgeportet, alles gut Ich bin nicht müde, ich bin gerade erst aufgestanden Okay Also wir sind jetzt wahrscheinlich am ersten Tag aufgestanden Und machen erstmal die Tür auf, sehr gut Würdest mich verarschen Jetzt ist hier alles komplett dunkel Boah, ne, warte, warte Ist das ein Kühlschrank? Sieht aus wie ein Kühlschrank oder so Aber die ist ja auch verschlossen, von daher Boah, wie ich das hasse, weißt du? Ne, alles dunkel hier Kann man nicht einfach mal Licht anmachen? Was ist das denn für ein Haus? Nicht mal mehr einen Lichtschalter gibt's Boah, ich kann kotzen Verschlossen Wenigstens ist mal etwas auf hier Guck mal, eine schöne Uhr Oh Gott Oh Gott Ja Okay Das war nicht gut Das war gar nicht gut Oh mein Gott Uhr, ich bleib jetzt bei dir So Nichts kann uns mehr trennen Die nächsten 10 Minuten lang Nein Spaß beiseite hier Können wir hier irgendwas machen? Da sind viele alte Bücher Da sind viele alte Bücher Da sind wahrscheinlich auch viele alten Bücher, ne? Komm Ja, da sind auch viele alte Bücher Was ist mit der Uhr? Kann man da irgendwas machen? Ne Boah, immer dieses Türengeknatsche Eklig So Ist da gerade jemand langgegangen oder so? Haha, ich geh mal wieder zurück Warte mal Haha, damit hat das Spiel jetzt nicht gerechnet Jetzt hab ich das Spiel aus der Fassung gebracht Ja, und jetzt Erschreckt es mich nicht mehr Hoffentlich Das Ding war verschlossen, ne? Diese Tür klemmt Das aber gibt's auch gar nicht, ey Das ist ein stinknormales Haus, ja? Und entweder ist eine Tür verschlossen Oder eine Tür klemmt Da gibt's so wenig offene Türen Ach, guck mal, die geht nach außen hinauf Wie schön Huhu Und da Immer Da steht eine Pflanze Und ein Fernseher Und ein Bild Und eine Couch Na hier Casting Couch angesagt, oder wie? Ah, nur flimmern Okay Flimmern ist nicht gut Dieses Geräusch auch nicht Ich glaub, ich hab grad so Ganz, ganz leichte Schritte gehört Boah, Alter Diese langen Gänge Ich krieg die Krise, ey Diese Tür klemmt Gibt's gar nicht, ey Oh, ne Küche Ja, ich hab wohl Hunger Aber ich hab keinen Bock auf was Gruseliges Hallo? Was ist das denn hier? Ist das ein Paket? End Äh, pfff Pixelter Form Ah, schön So ein bisschen Wasser oder Wein Oder was auch immer Könnten wir jetzt mit Sicherheit gut vertragen Aber ich Boah Ich möchte diese Kombination jetzt rausbekommen Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Upsala Da hab ich vergessen Den Teamspeak zu schließen Ah, die hat ja geklemmt Okay Wow, der Leut Scheiße Das war hinter dieser Tür da Da geht's mit sich ja nicht hin Nee, nee, nee Nee, nee, nee Nee, nee, nee Nee, 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 nee Nee, 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 nee Nee, 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 nee Nee, nee, nee Nee, 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 nee Nee, 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 nee Nee, 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 nee Okay Was soll das Was soll das darstellen? Diese Gitter? Sind wir hier in einem Oh nein, Blut Ganz viel Blut Sam Sam Ja Ich hoffe mal, der Code ist Sam Ah Oh nein Immer wenn ich mich grusel Fang ich an zu stöhnen Okay Pass auf, wir geben jetzt hier Sam ein Ja J-K-L-M Nein 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 Ah, die klemmen hier alle Die sind ja gar nicht verschlossen Das stimmt ja Nee, das Nee Das war Ur Verschlossen Muss man das Ding irgendwie auswählen oder so? Ah Tatsache Lucky Punch würde ich mal sagen hier Ach nein, Blut Wieso ist hier überall Blut? Oh lol Scheiße Scheiße Okay, hier ist jemand drin Und die Tür hat sich verschlossen Ich bin hier weg Nee Da, da, da geh ich doch jetzt nicht rein Willst du mich verarschen? Doch, ich will aber reingehen Warte mal Nur so ein bisschen gucken Nee, da geh ich nicht rein Nee, 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 nee Nee, 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 nee Gibt es da nicht was anderes zu erkunden? Ja, wahrscheinlich Alles verschlossen Scheiße, wir müssen wahrscheinlich Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das gefängnis stimmt wo ist die bibliothek da war fernseher glaube ich nie war bibliothek ja ich glaube wir kommen ja nicht drumrum war so du bist du liebes monster ich habe dir nichts getan alles dunkel viel zu dunkel scheiß mann okay da ist total viel blut das heißt ich habe ein schlosses in diesem bürf sehr gut jetzt raus 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 laufschlampe okay das hat mein herz doch gerne mitgemacht verschlossen pass auf wir können unseren schlüssel auswählen verstand als beschreibung schwarzer schlüssel aus einem glanzlosen metall der da reinpasst sehr gut wo sind wir jetzt hier gelandet was dat denn schwarz weißer raum mit mit what the fuck mit so einem komischen slenderman bild und mit einem käfig wtf ich bin verwirrt können wir irgendwas machen sogar zwei käfigen habe ich gar nicht gesehen am anfang ach da unten liegt ein schlüssel okay gut was ist das für ein schlüssel ein weißer schlüssel was ist das für ein bild keine ahnung so ein weißer schlüssel hoffentlich hierfür ja alles klar sehr gut das hat sehr gut geklappt ja ach ja genau was ich vergessen habe zu sagen ich trage eine schal weil ich erkältet bin deswegen wollte ich nochmal sagen falls euch jetzt falls ihr euch gewundert habt weshalb ich einen schall trage weil ich erkältet bin das fällt mir jetzt gerade so im schreck ein ja sehr schön jetzt hat er mir eine nachricht da liegen gelassen oder was holy shit die zeit ist noch nicht gekommen ihr junge deine mama alter was jetzt los hey sag bloß ich bin jetzt pennen gegangen oder wie ich bin wahrscheinlich wieder schlafen gegangen okay ja okay alles klar dann würde ich mal sagen äh boah ich mir fehlen gerade boah krass ey mir fehlen gerade echt die worte das hat mich jetzt voll aus dem konzept gebracht aber so boah ne ne ich kann nicht mehr ohne jetzt noch hier groß zu labern ähm sorry ich bin fertig mit den nerven Alter das hat mir gerade boah vor allem hat man damit überhaupt nicht gerechnet ja ich dachte ich komme jetzt wieder in so einen raum ja wo wieder ein komisches bild oder so hängt aber nein da erscheint erscheint da so ein so ein so ein so ein so ein Fickmonster einfach nur boah okay gut dann bedanke ich mich vielmals für den vorschlag ja boomtrigger du bist ein ganz ganz mieser Wicht ganz ehrlich ganz ganz mieser Wicht bist du ja wenn du mir so ein Spiel vorschlägst boah alter mein Herz ey oh ich kann nicht mehr okay alles klar danke für den vorschlag auf jeden fall und dann sehen wir uns im nächsten letzten gruselpart wieder wenn ihr denn vorschläge unter dieses video schreibst ja unter dieses video schreibst ja so sieht es aus nein wenn ihr jetzt hier vorschläge runter postet dann werde ich eine oder mehrere der vorschläge mir aussuchen und dann in der nächsten woche spielen so jetzt haben wir ja auch schon wieder viel zu lange am ende gelabbert ich glaube schon so anderthalb minuten oder so ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen und wir sehen uns dann in einer nächsten episode wieder oder vielleicht auch nicht oder auch vielleicht schon macht's gut haut da rein ciao